Ein Anruf, eine Mail, ein Besuch im Internet. Jederzeit und überall. Ceiling and Shielding, die Kunst des zuverlässigen und dichten Verschließens, trägt dazu bei, dass dies möglich ist. Parker Dichtungs- und Abschirmtechnik findet sich in der Mobilfunkstation ebenso wie im Handy, wo es die komplexen Schaltkreise innen und den Nutzer außen vor elektromagnetischer Strahlung schützt. Parker Dichtungs- und Abschirmtechnik wird auch in Computern, Autos, Flugzeugen und der Medizintechnik eingesetzt. Von Asthma-Inhalatoren bis hin zu Dialysegeräten und Kathetern. Parker konstruiert Dichtungslösungen aus speziellen Werkstoffen, die auch in extremen Umgebungen und gegenüber aggressiven Stoffen beständig sind. Eine Dichtung, eine einfache Sache. Doch sie führt uns in völlig neue Dimensionen. Parker. Engineering your success.